ja herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen pack opening ja ich mache das eher selten weil ich nicht so der gute pack also ich kaufe nicht oft packs und ich habe eben gerade wo ich ultime team so ein bisschen reingeschnuppert habe gerade gesehen dass es hier ein goldspieler premium ein chinesisches neujahrsfest ding gibt und in diesem pack für 25.000 münzen sollen halt nur spieler sein höhere chancen selten und hochwertige spieler zu halten und es sollen zwölf spieler sonst sein wie gesagt und vorwiegend gold und das auch wieder sondern sondern schwammige ausrede sind vor wie gold ist könnte aber auch wieder sein dass es ein silber spieler bleibt dabei ist ja auf jeden fall sollen drei seltener dabei sein und ich würde einfach mal sagen versuchen jetzt hier einfach mal mein glück vielleicht kriege ich ja mal richtig geilen heißen typen so recht mal so einen schönen informer also das habe ich einmal hinbekommen mit unseren mit meinen links hier mit hamburg ich komme gerade nicht drauf kommen gerade nicht drauf aber ihr wisst definitiv meine ich meine so warum es machen ich habe nicht allzu viel weil ich gerade in was investiert habe und ich halte mal die augen zu und ich drücke jetzt einfach drauf ja nein ja nein 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 jetzt ist alles gut mülle willst du mich verarschen mülle alter mülle kann ich mir auch selber kaufen dazu brauche ich keine 25.000 raushauen was soll ich denn mit dem da all die tore die tore sind am was ist er hier für eine john john na toll ja toll ähm tja die werden wir jetzt alle irgendwie ein bisschen verkaufen 25.000 futsch das war mal wieder ich äh egal ich bin mir ganz sicher dass ihr daran spaß hattet und wir sehen uns beim nächsten ultimate team spiel und vielleicht mal bei einem weiteren pack opening wir schauen mal bis dann euer misseio zure tschau 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 tschau